Leute, ich hab Angst. Ich bin irgendwie in der Höhe drinnen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, aber es ist schon grunselig und nicht schön. Ist es gut geraten, oder? Was man sieht? Was ist denn das da? Ich bin einfach in so einen Schacht reingegangen und dann bin ich da drin gelandet, aber scheiße. Was ist mit mir wieder los, oder? Okay, 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 warte. Ist das was gehört? Falls ich sterbe, sag bitte meiner Katz, dass ich es nicht fittern kann, weil ich dann tot bin, ja. Okay, warte, schau mal, du wolltest ein X hier. Das ist da, weiß ich. Ich krieg's nicht hin. Scheißdreck. Was ist denn das? Das ist scheiße. Da hat einer gefuscht mit der Elektrik, glaube ich. Bestimmen die das vor, ha? Tag 7.30, ich hab immer noch Angst. Hunger hab ich auch, aber Angst halt vor allem, naja. Tag 49, immer noch ausgesperrt. Ich weiß aber jetzt, wo die Bode ist. Schon mal gut. Tag 102. Ist nicht so laut. Ich hab Geräusche gehört. Was war denn das? Ich hab übrigens jetzt auch die Deck vorne da. Das geht voran. Tag 209. Ich hab nen Kühlschrank gebaut. Tag 3. Da ist der Ausgang. Tag hab ich vergessen, aber der Kühlschrank ist jetzt die Spülmaschine. Na. Na ja. Na ja. Oh Gott. 12. Tag. Ich muss erst zu essen, gerade. Was ist denn das da? Ach gut. Ich bin ja auch eingeschlafen. Ich bin spürien. Alter, was fand es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017